Audio-Post. Geklickt. Gehört. Du erwartest am Wochenende noch eine wichtige Mail von einem Kunden? Oder sollst nach Feierabend noch einen Termin mit einem Geschäftspartner ausmachen? Zum Glück gibt's das Diensthandy. Das kann ja sogar noch beim Sport aus dem Spind geholt werden, um mal eben schnell zu antworten. Klingt doch gut. Oder gibt es dagegen irgendwelche Einwände? Gegen Diensthandys habe ich überhaupt nichts. Die Gefahr geht aber von der Vermischung zwischen Privat und Geschäft aus. Das sagt einer, der sich auskennt. Andreas Wiesler berät als Geschäftsführer der Firma GoSecurity Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Und er warnt davor, mit unseren Diensthandys zu leichtfertig umzugehen. Mit dem Herunterladen von Apps oder dem Öffnen von privaten Mails oder sonstigen Aktivitäten auf dem Diensthandy gehe ich die Gefahr ein, zum Beispiel einen Virus auf das Handy zu bringen. Aber mein privates Smartphone ist doch nichts anderes als mein Firmenhandy, oder doch? Technisch natürlich nicht. Jedoch muss ein Unternehmen den Datenschutz einhalten und die Informationssicherheit gewährleisten. Was ich natürlich mit dem privaten Handy viel einfacher lösen kann. Deshalb gibt es jetzt Tipps vom Spezialisten für Computersicherheit. Wird beispielsweise WhatsApp genutzt, wird das komplette Adressbuch in die Cloud übertragen. Dies kann bereits eine Datenschutzverletzung darstellen. Oder durch eine App, die ich herunterlade, gelangt ein Virus auf mein Gerät. Und dieser gelangt dann bei der nächsten Synchronisierung ins Firmennetzwerk. Also lieber berufliches und privates trennen. Und um zu verdeutlichen, warum das so wichtig ist, erzählt IT-Experte Andreas Wiesler, welches Worst-Case-Szenario beim leichtfertigen Umgang mit dem Diensthandy eintreffen könnte. Ich sehe zwei grosse Gefahren für ein Unternehmen. Datenschutzverletzungen können eine hohe Geldbusse zur Folge haben. Oder bei Viren werden alle Daten verschlüsselt und es folgt eine hohe Lösegelddepressung. Abwegig? Leider haben die vergangenen Wochen genau das gezeigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017